Hallo Geht schon voll lustiger Ja, hab ich gemerkt Äh, nö, ich fang mit rein an Oh, hab ich viel damit gemacht Nein Nein Ha, Falle Ha, Falle Ich meine, Autos sind eigentlich rot Da mag sich das Buff drauf, bis alle sind die Lieder Hä, was, wie, was? Achso, ja Welcher Buff, Q, E, W? Mh, Q Yeah Kassel hat Arschel Leben, Alter Wer, Kasseling? Mh, er hat ja auch mit Dings angefangen Will ich aber nicht Okay Yeah, Damage, Alter Hier Oh, Silence Giu Aua Giu Giu Oder Giu 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 Ja, hab ich den Schneeball denn grad nicht getroffen, ey Giu 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 Neee. Au, 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 au. Neee. Wie? Oh fuck. Zu spät geflasht. Good job. Neee. Da waren hier im Busch. Ja. Achtung. Hier im Busch. Neee. Ich hab den hier getroffen. Geil. Ja. Maxi. Hm? Daxus DC. Ich hab das Daxus DC durch, ne? Ja, ich weiß. DIGA. Der Endboss. Was? Der Endboss. Was? Der Endboss. RIP. Geht gar nicht, der Typ. Der ist niedlich. Nee. Neee. Wollen knuffiges Kerlchen, ey. Jawolli. Wollen. 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 Wenn man so dachte, der Endboss ist heftig, ne? Der optionale Boss rippt dich richtig weg. Das wird dann Rache. Du machst einfach mal gar kein Damage. Unendlich, du hört. Das ist... Unlocker. Weißt du, meine Waffe macht 570 Damage. Und bei ihm kommt 116 an. Wow. Und ich will das nicht. Schnauze, Betty. Oh. Oh. Ich muss grad ein Gummibärchen im Hals stecken. Ich hab dich geschlungen. Okay. Überlebt. Hit. Oh, geil Heilung. Ja, ne? Voll Kurall. Und Stab 2. Läu. Red Racked. IG. Easy. Komm. Die Endi muss nur einen kleinen Schritt zu nah kommen. Komm. Dann ist sie tot. Oder die MF. Komm. Komm. Ein bisschen zu nah. Oder die. Headshot. Rot. Wie ist das schon hier richtig? Bisschen. Ja. Wie wird es zerschönigen? Genau so lange bis sie sein Items hat. Da kommt die Welle. Es ist die perfekte Welle. Es ist der perfekte Tag. Okay. Der ist für dich vain. Äh. MF meine ich. Wie? Oh, nie. Vielleicht kommt da eine Annie. Oh, ach. Oh, ach. Oh, ach. Egal. Willst du noch einen? Und dann tue. Peng. Noch einer. Oh, komm. Da sind wir noch nicht ran. Ich wollte es. Ich musste es. Ich hab' immer nicht geblieben. Alter, Vater, ey. Ich hab' grad' die Tank zerstört. Ist das aufgefallen? Nee. Nee? Gut, gar nicht. Ich brauch' Mana. Ich hab' gar keine komischen Geräusche bei Maxi heute. Ja, ist grad' nicht so drin. Oh, lol. Ach, wirklich? Marcel, dein Ernst? Ja. Mach' noch ein bisschen mehr Damage, ey. Mann. Ehrlich? Ich glaub' bis zu zehn AP hätten schon gereicht, oder 15. Nein. Ein AP mehr. Reicht. Doch. Reicht. Och, komm. Ja, ich hab' Mana bekommen. Geil! Mana! Mana! Ja! Ja! Nein, ich will das nicht! Ey, ich mach' einmal Q, W, E, ne? Und ich hab' keine Mana mehr. Ich hab' noch Hälfte. Aua! Oh, komm! Die Welle! Sie rastet aus! Gut! Das tat dezent weh! Hm. Du saß auch raus! Du saß auch raus! Hm. Heel, noob! Heel, noob! Das Bait! Ui! Wann fresse! Schautze! Bam! Loll! Die krieg' ich! Ich komm' da hin! Oder auch nicht! Manu! Komm! 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 Geh weg! Geh weg! Geh weg! Der was? Der Bait! Oma! Q! Loll! Wer ist denn jetzt hier? Leute! Ui! Ein Gegner wurde getötet. Ne? Ja. Ja. Hahaha. Was ist denn mit dich? Oh, nie! Oh, nie! Oh, nie! Hab mich gefreut, ne? Und Sims kipp und klein, freut mich nicht. Oh, leil! Oh, leil! Oh, leil! Oh, leil! Hab mich einfach nur ne Freude, ne? Ja, ist okay. Also, das steht fest, ne? Dass ich mich einfach nur ne Freude habe. Bumm! Ich will das nicht! Ich will das nicht! Puh! Puh! Dann drück mein Heal raus, bitte! Hm! Oh, nee! Und überlebt's grad so! Oh, nee! Ach, nee! Oh, nee! Krieg ich doch hin! Ja, raufhägt mir die Zeretan machen, ne? Weil ich mich ja grad gefreut habe. Und guck mal, da kommt n hier und immer zack zack und dann hab ich den nicht gekriegt. Gott, Andy! Ja! Ja! Kommt ja noch nicht mal dazu, dass ich ne Berater anfange. Fresse! Okay, ja! Nein! Max, disrespect, Kasadin! Was? Max, disrespect, Kasadin! Ja! Ja! Oh, nee! Imf! Bang! Och, Mann, ey! Oh! Oh! Ich mach schon mal ein paar Fällen rein. Einfach so. Ähm. Zweck zur Sicherheit und so. Ne, ich muss hier weg. Die kommt! Oh Gott, nee! Da kommt doch nicht ran! Auch Mana! Oh, das hat mir so viel Mana gegeben! Das hat mir so viel Mana gegeben! Nee! Oh! Oh! Geil. Fuck u! Wow, die Ulti. Nenn mich auch… Woah, je-je-je! Loih! Platzte! Platzte! Komm schon. Nein, Platz nicht! Noch nicht! Wo, wo ist ja, warte, schon rausk Rinpo 보고 ich jetzt was ich mir erw contone! Ich hab auch noch einen Keks Oh, zwei Der Platz ist safe Der Platz ist safe Oh, guck, wie fett er ist Hat keiner gekriegt Tschüss Never Ups Mama Ups Ich will das wissen Nami Q Bubble Was Q ist die Bubble Oh, leil Q ist die Bubble Ja, ist halt so Q ist wirklich die Bubble Und du sagst Q Bubble, dein Ernst? Q ist die Bubble Ich hab verstanden, Q ist die Bubble, hab ich verstanden Was? Das ist die Bubble Das ist die Q Es will D für Flash Und dann Bubble Q Es will D für Flash Und dann Bubble Ja, das hab ich ganz bestanden, dass sie grad so Ehhh Was labert er? Bin's Julia, Alter Da müssen wir dir aber noch ein bisschen was zu beibern Ich bin weiß Was habt ihr gekauft? Digga, was packt ihr denn so, was rastet ihr denn so aus? Alter, was los mit euch? Weiß nicht Q Q Loll Half-Life Was? Man, Ausbeute von eben, guck mal Items an Nett Joa Ich mach die MF mit Q, Out, Attack, Out, äh Half-Life Pfff Nett, ne? Ganz nett NET W-Buh Äh, ne? Drecks Tilbert, Alter Dafür fick ich ihn, der Da kam der Crit Plus Maxi- Plus Maxi- Plus Maxi-Buff Nimm ihn Schnauze jetzt Der Ars, geh weg Aua Aua Meine Q, Liga, meine Q Meine Q Das tat, Aua Ja, mir aber auch grad So minimal, ne? Nee, never So minimal Bitch Bist du weif? Oh oh ii, komm, pass auf Oh nein! Ja, da ist er tot Nein, nein, bleibe Übel Was ist denn mit dem hier los, alter? Hier muss ich auch grad zu denken Wieso sterft der denn nicht? Wieso sterft der denn nicht? Ist doch vielleicht das doch so Das war's, war's, war's Ich war die versuche, auch zu riesen, alter, wär ich heiser, man Ich hab übel die Erkältung Das ist unlucky Und das ist unlucky Hier Juuu Das, das hier rauche ich auch, weil das euer Held war mich gehört Das hilft auf jeden Fall, ja Oh Gott Nee Wow, das hält die Oh lol Der ist ja gar nicht gedenk, weil wo kommt denn der her? Vom Himmel? Ah nie, siehst du, es wird dann kommen, wenn du schon tot bist Der ist nachher, vom Himmel, ne? Aber Mag sie fühlt sich wohl denn? Ja Ja Ein bisschen Hier kommt keiner vorbei Mann, ich kann mir die ganze Zeit keine Schuhe kaufen, weil ich meine ganzen Items fertig kaufen kann Äh Das ist voll unlucky Du soll nicht passen Kannst ja voll knicken hier, alter Eins Zwei Oh nee Das war ein guter Flash MF Aber ein richtig, richtig guter Flash Ich bin gestorben Was habe ich dazu? Nice Teammates, sehe ich genauso Immer denn, wenn ich die Uisi drücke, weißt du? Wenn ihr euch grad abgefeiert habt, dann krieg ich Level ab und was kann ich scannen? Maxi carried 35, Sona Das eine Mal hatte ich auch, um, wenn's abge... Okay, Maxi, das war ein bisschen Kriegt ihr mit mit Sona, alter War da ruhig Ritual, alter Festgehalten durch Dings und dann haben wir durch den... ähm Loll Also, die nerven alles, ne? Aber Sona nicht Ja, ist ja auch nur so strong wegen AP, ne? Ja, AP Sona Support OP Aber guck dir meine Items an So krasse Items hab ich gar nicht Nimm's einfach nur an Full AP Sona Support ADC 0 1 Supporter 10 0 Loll 1 1 2 1 2 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 9 10 10 11 11 12 6 10 10 12 11 12 12 11 13 14 15 13 15 15 14 16 16 17 15 15 15 15 15 16 16 passiert also so und so und nein schon wieder manchmal auch man jetzt hat er noch träger bei der marcel du machst zurück zu den begrüßen schaden hat dann ja die seite trotzdem muss die bitte mitsch war kein juli das ernst gemeint auch mehr kassadin wenn ich helfen bei der schaffer 10 2 Loldi! Annie! Puhuhuhuhuhu Ein Voll Instant tot Komm nicht Sie macht Einzelkampf Oder wollte Einzelkampf haben Die will er haben, die will er haben Pau Komm schon Maxi Q, tot Nicht dein Ernst Nööööööööööööö. Ich sollte nicht diven, oder? Nein. So nicht als Sohne. Ich hol mir einen leeren Stab. Ich glaub, ich brauch die Penetration. Ganz sicher. ...müt ich one-shotte. Och mann, eine Mutter. Bei Göln, die Suraka, die hat 10 HP. Wie viel? 10. 10? Suraka. Hat nicht 10. Guck dir, Reitim, Sonnhalter. 10 HP. Ich hab AP verstanden. Nein. HP. Ah, okay. Du flüsterst zu, man hört dich kaum. Ja, ich hab aber nicht für die Stimme. Au. Uh, meine Stimme ist ja komplett terminiert. Ja, okay. Warum geht denn hier Kassadin auf Kanky oder was macht der? Weil mal der Damage, ne? Wir verlieren. Basti. Dich nicht. Dich nicht. Dich nicht. Ich würde eher sagen, es ist ausgeglichen. So, weil, obwohl wir haben einfach mal 80 Gils mehr. Dich nicht. Acht. Ich mach erstmal Basalen Farming, wenn ich lebe. Also, meine Mütze einmal durch die Ulti. Oh, jetzt kommt die Sonne, Alter. wieso würde ich mir den hiel holen triffst du was triffst du was nein nein das könnte sein Wir müssen hart auf die Annie aufpassen damit wir nicht so zusammenstehen. Da ist er wieder. Deal! Wuuuuh! Digga! Digga Lunge! Doch schießt er noch nicht! Ich hab den Casterling gestunnt und die MF hat sich auch gestunnt. Macht doch was! Macht kein Damage! Wow! GG! Oh der war... der war... der war... der war... Diese W grad halt! Ja läuft, läuft, läuft! Die war richtig geil ey! Das war... perfekt W! Das war perfekt W! Das war perfekt W! Woah! 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 Tschüss! Woll! Alter, dein Damage ist halt Woll! Timmas! 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 Die! 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 Ich glaube, ich komme irgendwas auf Tank, Alter. Irgendwas 1er auf Tank. Frosthammer. Super Idee. Den Stauberangriff noch. Das ist super. Bullshit sagt 650 plus 650 plus damage. Der sagt 700 plus 394. Jetzt kommt Baxi. 5000. RIP. Alter. Meine Ulti? Jupp. Nee. Circa 600. Das sieht immer mehr aus. Nö. Halt Lichbane und so, ne? Los geht's. Tank Catelyn. Los geht's. Wir haben halt auch echt kein Tank. Ihr Safe Zone. Ihr Safe Zone. Ihr Safe Zone. Kann man auch gar nicht durchrennen oder so. Oh, jetzt wird doch passiert. Näh. Los, den kriegst du, den kriegst du. Krieg ich auch. Was? Maxi, wir brauchen dich. Ehi, ist so heftig, Mann. Ulti, Maxi. Neu. GG. Ha! Hihi, hab ihn noch. Nami! Letzte Hoffnung! Gib die Welle! Gib ihm die Welle! Jo. Das war ein Totbesitzenden. Achso, sie hat gar keine Welle. Reddy. Reddy. Ich hab ja gesagt, dass... E. So, so rater schreibt ihn. Ja. Jigii. Jigii. Also, du hast recht, das ist so ein Jigii. Jigiii. Ja, mordi.